In diesem Video gucken wir uns Kontrollstrukturen in Python an. Dazu gehören einfache Vergleiche, if then else, vorschleifen, while schleifen und break und continue, wie sie es auch aus anderen Programmiersprachen kennen. Ich gehe auch wieder davon aus, dass sie schon mal ein C++ oder Java oder einer ähnlichen Sprache programmiert haben. Ich werde nicht diese Sachen vom Scratch noch mal genau erklären, sondern ich gehe davon aus, sie haben schon mal irgendwie programmiert. Dieses Tutorial, was ich benutze, dieses Notebook basiert auf dem Tutorial von GiaZoo und ich habe das erweitert, wo ich gedacht habe, dass es sinnvoll ist. Mein Name ist Jens Dittrich, ich bin von der Universität des Saarlandes und dieses Notebook können Sie herunterladen von unserer GitHub-Seite. Damit fangen wir an. Wir gucken uns zunächst mal Vergleiche an. Einfache Vergleiche in Python sehen genauso aus wie in anderen Programmiersprachen auch. Sie haben Operatoren wie den echtgrößer oder größer-gleich-Operator. Sie haben kleiner und kleiner-gleich. Sie haben Gleichheiten und Vergleich auf Gleichheit mit zwei Gleichheitszeichen ausgedrückt. Wie sonst auch ein einfaches Gleichheitszeichen wäre eine Zuweisung. Not equal wird ausgedrückt durch Ausführungszeichen Gleichheitszeichen. Damit können wir einfache Vergleiche machen. Machen wir mal 3 gleich 5. Das ist natürlich false. 3 ungleich 5 wäre true. Machen wir wieder zurück. Das hier ist eine Zuweisung. Also nicht verwechseln. Das wäre eine Zuweisung. A ist jetzt 767. Wenn ich es ausgebe. A ist 767. Das hier ist wieder Vergleich. A equals 767. Das ist in diesem Fall wahr. Okay. Also nochmal das A ausgegeben. 72 größer-gleich-2. Das ist natürlich true. Wichtig ist, Sie müssen wie in anderen Programmiersprachen auch ein bisschen aufpassen. Wenn Sie Floating Points haben, das ist ein Thema für sich. Einige Floating Points müssen gerundet werden, können nicht exakt dargestellt werden. Also wenn Sie zum Beispiel 2,2 mal 3,0 multiplizieren, kommt ja, würden Sie erwarten, eigentlich exakt raus 6,6. Das heißt, wenn Sie so einen Vergleich machen, 2,2 mal 3,0 ist gleich 6,6. Was soll da rauskommen? Dann musst du rauskommen. Kommt es aber nicht, weil diese Zahl nicht exakt repräsentiert werden kann. Diese Zahl wird so repräsentiert. Diese Zahl wird intern genommen und das ist nicht ganz genau 6,6. Das ist ein Thema für sich. Wo da die Probleme liegen, lesen Sie sich das mal durch auf dieser Seite. Da könnte man ein extra Video drauf machen. Sie müssen sich einfach merken, Vergleiche mit Floating Points sind mit Vorsicht zu genießen. Typischerweise muss man da eine Art Epsilon vergleichen. Wenn der Abstand kleiner, so und so, dann ist es true und sonst nicht. Schauen Sie sich mal die Seite an, da könnte man ein extra Video drauf machen. Einfach mit aufpassen. Also es gibt dann auch das Phänomen, das sehen Sie dann auch auf der Seite erklärt, bei bestimmten Zahlen haben Sie diese Darstellung, bei anderen Zahlen, da funktioniert das wieder exakt und da können Sie halt machen, 22,0 ist true. Also da kann man beliebig nervige Fehler mit produzieren, wenn man da nicht drauf aufpasst, bei Float Vergleichen. Gut, damit kommen wir zum eigentlichen Thema If-Then-Else. Das funktioniert folgendermaßen und da kommen wir direkt auf eine der größten Besonderheiten von Python, gerade als Anfänger. Mit Python war das die Sache, die mich am meisten irritiert hat, an die man sich gewöhnen muss. Und das ist das, dass ein Codeblock in Python, der wird nicht durch geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu repräsentiert, wie Sie das aus anderen Sprachen kennen. Also hier ist ein Beispiel, wenn Sie hier ein If machen in einer anderen Sprache, in Java oder C++, sieht das ja so aus. If und dann in Klammern die Bedingungen, dann geht die geschweifte Klammer auf und dann geht die geschweifte Klammer zu. Also falls die Summe größer 5 ist, echt größer 5, dann mache ich hier eine Ausgabe in Java, System Out Print Line. Jo, das geht hier nicht so. Wird dieser Codeblock repräsentiert durch Einrückung. Und diese Einrückung ist ein Tab. Also ein Tab heißt hier, das gehört zu dem Codeblock, der hier definiert ist. Das heißt, wenn ich so ein If-Statement jetzt schreibe, If als Keyword, dann die Bedingung, dann kommt ein Doppelpunkt, das ist die Syntax und danach kommt mit Tab eingerückt, kommt der Code, der ausgeführt werden soll für diesen Fall. Wenn ich das nicht mache, ich gehe mal zurück, so, dann meckert Java rum, dann meckert Python natürlich rum, nicht Java, dann expected an indented block, also einen eingerückten Block. Das ist das, was hier erwartet wird nach diesem If-Statement. Das muss also so aussehen. Und das heißt, dass dieser Code nur ausgeführt wird, wenn die Summe größer 5 ist. Und entsprechend kann ich natürlich hier, wenn ich hier eine Einrückung wegnehme, würde das jetzt heißen, nur dieser Code, nur diese Zeile hängt an dieser Bedingung, ja, diese Zeile aber nicht. Die wird in jedem Fall ausgeführt. Also wenn ich jetzt hier die Summe mal auf 3 setze, so, dann wird diese Zeile trotzdem ausgeführt, weil das ja nicht mehr innerhalb dieses Codeblocks liegt, ja, der eingerückt ist. Wenn ich das wieder einrücke, dann wird es nicht ausgeführt. Okay, so, ich mache das wieder hoch. Zack. Größer 42, also es wird ausgeführt. Ja, das kann ich natürlich beliebig schachteln. Und das heißt, diese Tablaturen werden auch, also diese Tabs werden auch weiter geschachtelt. Hier stehen zwei Tabs, weil hier kommt innerhalb des If-Statements, des Codeblocks des If-Statements, kommt hier noch ein If-Statement. Und dann muss natürlich hier wieder ein Tab stehen und so rückt sich das weiter ein, nicht durch geschweifte Klammern, sondern durch Tabulatoren. Ja, das ist so eine der größten Besonderheiten. Das sieht man auch in Python später, wenn wir uns Funktionsdefinitionen angucken. Da werden auch die Tabs benutzt, aber auch bei der Kontrolllogik, wie wir sie hier haben, werden sie benutzt. Okay, ja, dann gibt es auch ein Else-If, ähnlich wie in anderen Sprachen. Das sieht so aus. Kann man so schreiben. Also, wenn die Summe gleich 0 ist, mache das Else-If, falls die Summe kleiner 0 ist, dann mache das. Also im Grunde ist das ein Merge, also ein Verbinden, Verschmelzen von diesem zweiten If mit dem Else. Man hätte das auch anders schreiben können. Man hätte das auch in einem extra If-Schachteln können. Das kann man so kürzer hinschreiben. Ja, und das letzte Else, was dann in jedem Fall ausgeführt wird, wenn diese beiden Bedingungen fehlschlagen, ist dann das hier. Genau, also die Summe muss größer 0 sein. Nee, was haben wir jetzt gehabt? Also wenn die Summe gleich 0 ist, probieren wir es mal, dann wird der erste ausgeführt. Summe ist 0, das ist dieses Print. Wenn es kleiner 0 ist, dann sollte das ausgeführt werden. Sum ist less than 0 und in allen anderen Fällen, also alles, was größer 0 ist, muss dann hier in das letzte Statement reinlaufen. Genau, ja. Dann kommen wir zu String-Vergleichen. Hier ist eine Zuweisung an ein String. Man beachte hier, dass das mit einem Großbuchstaben anfängt. Hier mache ich dann einen Vergleich. Ist das true? Ja, ist true. Also man kann so einen einfachen String-Vergleich auch mit einem Gleichheitsoperator machen hier. Wenn ich natürlich jetzt vergleiche gegen den gleichen String mit Kleinbuchstaben, dann kommt false raus, weil das Ganze case-sensitive ist. Also das funktioniert so nicht. Was ich aber dann machen kann in solchen Situationen, ist natürlich, natürlich kann ich den Vergleich machen auf lowercase. Also ich kann, wenn ich eine Eingabe habe, gegen die ich vergleichen will, kann ich immer lowercase-Vergleich machen. Also ich könnte jetzt sowas machen wie lower, ja, das ist wieder true. Lower wandelt diesen ersten String um in den lowercase-String und dann ist der Vergleich wieder true. So, das könnte ich natürlich machen. Aber was ich auch machen kann, ist, ich kann diesen in-Operator benutzen. Der in-Operator überprüft, ob ein bestimmter String enthalten ist. Also hier ist die Frage, ist dieser String, diese drei Buchstaben, sind die enthalten? Also diese drei Characters sind die enthalten in diesem String? Das ist auch ein Prädikat, das ganze Ding wieder. Einfach abfrage. Wenn ich das mache, dann kommt daraus, ja, das ist der Fall. Warum? ALM natürlich ist hier enthalten. Das würde mir helfen, dieses Problem zu entgehen. Das ist nicht die schönste Methode der Welt. Typischerweise kann man, wenn man den Case ignorieren will, sowas wie lower aufrufen, wie ich eben gezeigt habe. Und das ist einfacher. Hier nochmal ein anderes Beispiel. Was machen wir hier? Hier haben wir Bereichsanfragen gemacht. Sie sehen schon, es ist nicht, ich finde es in Java persönlich ein bisschen schöner zu lesen, weil da immer noch die Klammer um die Bedingungen drum steht. Also hier wird geguckt, n ist gleich 42. Jetzt wird geschaut, ob der Teilungsrest von 2, also n Modulo 2 gleich 1 ist. Mit anderen Worten, hier wird geguckt, ob 42 eine ungerade Zahl ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Das heißt, wir rennen hier rein. Und hier gibt es jetzt weitere geschachtelte Abfragen, wie wir sie eben schon gesehen haben. Hier wird geguckt, ist es größer gleich 2, kleiner gleich 5, ist es größer gleich 6, kleiner gleich 20. Und nur, falls es echt größer 20 ist, dann wird hier dieses zweite not weird ausgegeben. Wir machen nochmal ein anderes, schreibe ich nochmal davor, damit wirklich klar ist, dass dieses ausgeführt wird und nicht dieses. Und Sie sehen hier, die extra Leerzeile macht hier keinen Unterschied. Wichtig ist die Einrückung, solange hier ein paar Leerzeilen kommen, das interessiert Python nicht. Die werden einfach geschluckt. Und, ja, wichtig ist diese Einrückung. Wenn die Einrückung hier nicht wäre, dann gäbe es wieder die Fehlermeldung von oben. Damit kommen wir jetzt zur Schleifensemantik in Python. Typischerweise schreibt man eine Schleife mit dieser Range-Funktion. Das ist eine Funktion, die eine Sequenz von Integers generiert. Also es sieht so aus. Ich habe hier wieder List vorgeschrieben, wie wir es auch schon in anderen Videos gemacht haben. Wenn ich nur Range hinschreibe, kriege ich so ein Range-Objekt. Das sagt mir nichts. Das sagt mir nur, das ist ein halboffenes Intervall von 0 einschließlich bis 7 ausschließlich. Also die mathematische Schreibweise ist das. 0 ist dabei, 7 ist nicht dabei. Und das ist aus der Menge der ganzen Zahlen. Range 7. Da ich aber das direkt ausrollen will, ich will Ihnen diese Sequenz zeigen, schreibe ich hier jeweils nochmal diesen List-Operator. Das heißt, daraus wird eine Liste erzeugt. Und sehen Sie hier, was passiert. Und diesen Operator benutzt man sehr, sehr häufig in Schleifen in Python. Den werden Sie so oft sehen. Und damit kann man auch Sachen machen, wie zum Beispiel hier, dass ich sage, ich will eine Range haben, die hier implizit bei 0 anfängt. Also wenn ich das nicht spezifiziere, wenn ich hier nur einen Wert übergebe, heißt das bis 7 ausschließlich. Von 0 bis 7 ausschließlich. Ja, wenn ich hier, was weiß ich, 9 hinschreibe, geht es bis 9 und so weiter. Also 9 ist nicht mehr dabei. Bei 8 hört es auf. Wenn ich aber hier sowas hinschreibe von 4 bis 7, dann ist das von 4 einschließlich bis 7 ausschließlich. Also 4, 5, 6 kommt da als Ergebnis raus. Ich kann auch die Schrittweite angeben. Dann übergebe ich hier 3 Werte. Das sieht dann so aus. Ich sage von 7 einschließlich bis 25 ausschließlich. Schrittweite 3. Also von jeder Zahl zur nächsten wird um 3 erhöht. Also 7 plus 3 ist 10. 13, 16, 19, 22. 25 nicht, weil das wäre gleich der rechten Grenze des Intervalls. Und da es halb offen ist, darf das nicht mehr dabei sein. Das ist diese Range-Funktion. Die kann ich jetzt direkt benutzen in der Vorschleife. Das heißt, typischerweise schreibe ich sowas. Das ist meine Schleifenvariable in diesem Fall. Index kann ich mir einfach definieren, wie ich will. Irgendein Bezeichner. Also ich nehme mal die Werte von hier oben. 7, 25, 3 hat mir genommen. Ja, so. Wenn ich das jetzt ausführe, dann wird die Schleife genauso oft gerufen, wie es Elemente in dieser Range gibt. Also 6 Stück waren das. Und für jedes Element wird hier der Index ausgegeben. 7, 10, 13, 16, 19, 22. Das ist das, was hier passiert. Ja? Nichts anderes habe ich hier gemacht. Und so kann ich mir relativ leicht diese Schleifen, die ich typischerweise in C++ und Java habe, da habe ich immer vor int i gleich 0, i kleiner, was weiß ich, 42, i++. Ja? Und dann kommt ihr in der Schleifenblock. So würde das aussehen in Java und C++. Das kann ich hier in Python ausdrücken durch so eine Range-Semantik. Ich habe es nochmal hin. Actual-Code. Zack. Na, das wäre das Java oder C++. Was machen wir hier? Man kann, gerade wenn man mit Strings hantiert, kann man sich auch leicht Ranges über die Strings definieren. Das ist manchmal ganz hilfreich. Also, was ich hier sage, ist, ich habe ja Storname. Was war Storname? Wir schreiben es nochmal hin. Das war einfach ein String. Das habe ich mir oben definiert. Ja? Das ist mein String. So, jetzt gebe ich mir hier die Länge aus. Das ist die Länge. Länge von diesem String ist 7. Und das benutze ich als Parameter an der Range. Also, das ist meine Range. Range von 0 bis 7. Wir wandeln das nochmal um in die Liste. Das heißt, was die Schleife macht, die erzeugt hier die Integers von 0 bis 6 einschließlich. So, und das wird diesem Index zugewiesen. Und was mache ich hier im eigentlichen Code-Block? Hier sage ich, okay, gib mir den Index aus, den aktuellen, also von 0 bis 6. Das passiert hier. Und dann gib mir den Character aus an der Stelle Index. Also, hier habe ich den Array-Zugriff auf Strings, wie wir ihn vorher schon gehabt haben. Ein paar Mal schon gesehen in anderen Videos. Und dann wird einfach dieses Zeichen hier ausgegeben. Das heißt, hier werden einfach die einzelnen Zeichen ausgegeben in jedem Durchlauf der Schleife. Mehr passiert hier nicht. Genau. Und das kann ich auch äquivalent machen, indem ich direkt so ein String nutze, um mir darüber eine Schleife zu definieren. Also, wenn man das hier sieht, dann denkt man im ersten Moment, oh, das ist ein Prädikat. Also, wir hatten ja sowas wie bei der If-Schleife oben. Warte mal, wir hatten das. Ich gehe mal hoch. Ich zeige Ihnen das nochmal hier. Das wäre ja ein Prädikat. Also, die Abfrage ist der Tie-String allem enthalten in Store nehmen. Dann mache das. Hier kann nur True oder False rauskommen. In dem Fall kam True raus. Und hier, das sieht syntaktisch jetzt genauso aus. Als wäre das ein Prädikat, ist es aber nicht. Das hier bedeutet in der Vorschleife genau das wie hier. Nur, dass hier dem Letter nicht ein Index zugewiesen wird, sondern direkt der Buchstabe. Das heißt, wenn ich hier einen String hinschreibe und hier einen Bezeichnername, dann wird in jeder Iteration der Schleife diesem Letter der Buchstabe zugeordnet. Also, alle Buchstaben von Position 0 bis Position 6 einschließlich. Und das sieht dann so aus. Also, hier habe ich jetzt keinen Index mehr in der Schleife. Falls ich jetzt diesen Index bräuchte, diesen Integer hier, das würde nicht gehen. Dann müsste ich das anders machen. Nicht so wie hier. Gut, dann kommen wir noch zu While-Schleifen. Das ist ähnlich wie in anderen Programmiersprachen auch. For benutzt man, wenn man die Anzahl-Iterationen weiß. While-Typischerweise, wenn man sie nicht weiß und ein True reinschreiben will in die Bedingung. Genau. Und machen wir mal ein Beispiel. x gleich 2. So, und jetzt will ich diese Schleife machen, solange ich weiß, dass x kleiner 10 ist, soll die Schleife ausgegeben werden. Und dann wird hier ein neuer Wert für x berechnet. Kann ich natürlich auch so einschreiben. Neuer Wert für x wird berechnet. Und dann, wenn ich hier fertig bin mit dem Code-Block, dann wird diese Bedingung wieder überprüft. Also diese Bedingung wird am Anfang überprüft. Dann gehe ich hier rein. Dann wird x verändert. Dann fange ich wieder vorne an, gucke, gilt die Bedingung. Falls ja, gehe ich wieder rein und so weiter und so fort. Und das heißt, ich habe hier in diesem Fall auch direkt die Modifikation dieses Zählers, den ich hier manipuliere, im Code-Block der Schleife dran. Es gibt ja nicht das Konstrukt, wie man es aus Java kennt. Wir hatten es hier schon, dass man dann diesen Schleifenzähler direkt hier oben in der Definition der Vorschleife definiert. Das haben wir hier so nicht. Wo man diese Vorschleifen eher benutzt, ist, wenn man nicht so genau weiß, wie oft man die Schleife ausführen will. Das ist hier ein Beispiel. Also hier steht while true. Die Schleife wird immer ausgeführt. Und dann muss natürlich in der Schleife irgendwo eine Abbruchbedingung stehen. Sonst läuft das für immer und ewig weiter. Machen wir ein Beispiel dazu. Wie sieht das aus? Also was ich hier mache, ist, ich setze einen Index. Das ist ein Index in diesen String. Das heißt, Index ist 0. Heißt, ich fange bei diesem ersten Buchstaben an. Gebe hier in der Schleife den Buchstaben an dieser Stelle aus. Das ist das W. Dann zähle ich diesen Index hoch mit plus gleich 1. Und jetzt habe ich hier eine einfache Suchabfrage. Das heißt, ich sage, falls die aktuelle Position a ist, dann gebe ich das aus. Das passiert hier. Das heißt, ich habe dieses kleine a hier gefunden. Das ist die Semantik von dieser if-Abfrage. Gebe noch den Index dazu aus, den aktuellen. Das ist die 1. Und dann breche ich die Schleife ab. Okay. Das heißt, dieser Code hier hinter wird natürlich nicht mehr ausgeführt. Hier gibt es einen Break. Wenn ich jetzt hier das a nicht gefunden hätte, also man kann das natürlich für ein L machen. Dann bin ich bei Position 2. Man kann das für, was weiß ich, ein R machen. Dann bin ich bei der Position. Was ist, wenn ich es für ein Z mache? Überlegen Sie kurz, was passiert an dieser Stelle, wenn ich ein Z mache? Also wir laufen diese Schleife durch. An keiner Stelle des Strings, kein einzelner Buchstabe erfüllt diese Bedingung. Kein einzelner Buchstabe erfüllt die Bedingung. Und ich zähle jedes Mal den Index hoch. Das heißt, irgendwann greife ich hier auf einen Index zu, der nicht existiert, der nicht zulässig ist. Ich greife auf einen Buchstaben zu, der praktisch nach dem String stehen würde, der da aber nicht steht. Das heißt, hier wird Python eine Fehlermeldung schmeißen. Führen wir es mal aus. Genau, das ist passiert. String Index Out of Range. Also hier haben wir jetzt einen Versuch, davon Zeichen zuzugreifen, was nicht mehr existiert. Das heißt, es ist ein sehr wacktiger Code, was Sie hier sehen. Das sollte man nicht so machen. Also mindestens sollte dieser Fehler gefangen werden, also entweder in der Funktion oder es sollte deklariert werden, dass der Fehler hier entstehen kann. Wie man das aus anderen Programmiersprachen kennt. Da kommen wir noch später zu Try and Catch. Das ist ein separates Video. Also ich mache es mal wieder zurück zu A und dann sieht das so aus wie am Anfang. Ja, und ähnlich wie in anderen Programmiersprachen gibt es halt nicht nur Break, sondern es gibt auch ein Continue. Also Sie können auch sagen, falls diese Bedingung gilt, dann kannst du den ganzen Rest vergessen und mache weiter. Das machen wir mal hier. Das heißt, diese Schleife hat die Semantik, okay, wir gehen wieder über die ganzen Characters, die in diesem String enthalten sind, überprüfen jeden Charakter. Falls er A ist, dann mach einfach weiter, ohne ihn auszugeben. Aber falls es nicht A ist, dann gibt diesen Buchstaben, gibt diesen Charakter aus. Das ist jetzt in diesem Beispiel, kann man natürlich argumentieren, das könnte man auch viel einfacher hinschreiben. Das ist ja Quatsch, dass ich es so mache. Ich kann natürlich einfach auch sagen, if letter ungleich, bumm, das ist exakt die gleiche Semantik. Das heißt, hier sage ich nur, wenn er ungleich A ist, dann gib ihn aus. Es gibt keinen else-Zweig, das heißt, ich bin am Ende des Codeblocks und dann gehe ich oben wieder in die Schleife rein. Da könnte man jetzt argumentieren, wozu brauche ich überhaupt ein Continue? Manchmal bei längeren Codeblöcken kann das hilfreich sein, um Code zu organisieren, dass ich wirklich direkt signalisiere, dass ich weitermachen kann. Also gerade wenn ich jetzt am Anfang der Schleife bin, also ich habe ja hier umsortiert, ich habe ja die Reihenfolge geändert von dem e von dem else, in dem ich hier diese Bedingungen invertiert habe, von gleich zu nicht gleich. Manchmal in größeren, verschachtelten If-Statements will man das nicht und dann will man lieber Continue schreiben, aus welchen Gründen auch immer und dann kann man das nicht so umformen und dann ist das eine Möglichkeit, die man nutzen kann. So viel zu Kontrolllogik in Python. Also wir haben gesehen, While-Schleifen, wir haben Vorschleifen gesehen, typischerweise werden die durch so eine Range-Funktion in Python benutzt. Das steht meist immer, in ganz vielen Schleifen steht Index in Range oder Index in Range oder Index in. Man kann ja auch eine beliebige Liste haben oder irgendwas, worüber ich iteriere. Das sieht man ganz oft in Python. Ja, wir haben If-Stand-Else gesehen, wie das funktioniert. Wir haben gesehen, wie man solche Prädikate, solche Vergleiche macht. Das ist auch eh nicht zu anderen Sprachen. Ganz wichtig ist diese Tabulatur-Konvention, die Tabulatur-Konvention, also Blöcke, Code-Blöcke, nicht durch geschweifte Klammern einrücken, sondern immer durch den Tabulator. Das ist eine der großen Besonderheiten von Python, wenn man sich ein bisschen gewöhnen muss. Ich habe was gesagt zu vergleichen, also Vergleiche mit Floating Point, mit Vorsicht zu genießen, lesen Sie sich das mal durch. Das ist ein haariges Thema. Ja, ich hoffe, Sie haben was gelernt. Und das wäre es zum Thema Kontrolllogik.